mal schauen auf der diesmal ein bisschen nein nicht geschafft warum ist der so ein arsch ich will ganz schön mal chillen, da wichse schießt mich ab also ich sitze in der bar und ihr so wo bist du? wo ist die bar? ich komme auch zur bar lass mich die nummer richtig ich wollte mich gerade richtig in die ecke setzen nachher wird toll nachher werde ich schön wieder outfox gaming gucken das wird geil nachher 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 Naja, du kannst es sagen. Die Reaktion wäre wahrscheinlich noch etwas seltsam. Tötest einfach mit dem Schwanz. Peitsche! Hast du so ne Peitsche? Kommt oben der raus. Du hast ne Peitsche. Ich hab mich verdrückt. Sarah hat mich noch nicht gesehen, das ist ganz gut. Also, ich schleiche gerade hinter den Herd. So ein richtiger Match, weil ich jetzt hier eine OP-Position einhege. Wie sind die so schnell durchgekommen? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Besucherzeit ist vorbei. Ja, hast du wirklich. Ernsthaft. Hier gibt es alte Menschen, die wollen schlafen. Aber die müssen schlafen. Die sind schon geprächtlich. Und scheiße sich. Scheiße sich voll. Ohhhh. Sei voll leid. Ähm. Jaaaa. Geh mir mit dem scheiß Glücksteil. Matze, du musstest toppen. Was denn? Ja, was holt? Die Liga. Was so? Die drängt uns hier zum Sponsoren. Die drängt uns hier zum Sponsoren. Oh, fuck. Das war der Handlauf von uns. Das war der Handlauf von uns. Oh, fuck. Das war der Handlauf von uns. Vielleicht probieren wir mit dem Internet oder so. Alter, wenn die letzte Sagete irgendwie, oder? Hm. Warum konnte ich mich jetzt nicht bewegen? Nein! Der Genshi hat mir die Heilung geklaut, der Pisser. Ich geh mal kurz weg mit neuer Heilung holen. Achso, da ist er. Hm. Nervt nicht. Du bist gewillt. Okay, der Genshi hat seine Ulti. Der Genshi hat seine Ulti. Ich hab immer gehört, wie er's gesagt hat. Ja, aber das ist... Ich hab wieder da. Die war's aus dem Weg raus. Netzwerkfehler. Leute! Alter, die Diva ist gut. Die Diva ist richtig gut. Ja, hat sie. Ich werde hier nur geschossen, das ist scheiße. Nervt nicht. Ich habe welche Ruhe. Ich gucke mich. Da haben sie nur auf mich abgeznd. Ich hab keine Our... Oh mein Gott! Vieh Rackl!! Mein erster Vieh Rackl mit McCree. Ich hab mich verfahren. Okay, dann geht's. Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Meins. Wir müssen das beenden, ich will Highlight sein. Ich will damit Highlight sein, Alter. Erst recht, den feiligen McQueen zu ärgern. Wie gut das funktioniert hat, Alter. Das ist mein... Alter, ich glaube, das ist mein Glücksskin. Aber, Alter, da kann ich mir gehört, dass ich den nicht haben will. Ja, ich treffe einfach nichts. Weißt du, Junkwood ist auf dem Boden. Ich treffe ihn einfach nicht. Junkwood ist in der Luft, ich gebe ihn Headshots. Ach, was ist mein Auge? Alter, echt jetzt? Das würde ich mir zu gerne angucken, Alter. Wie du das versuchst, Waschbären zu ficken, Alter, der dir dann einfach den Penis abkaut. Oh, komm, mein Gott. Waschbären zu ficken, ohne dass er den Penis abkaut? Ja. Nein! Echt? Echt? Ich bin einfach zu jung, um zu sterben. Oh. Vorsicht gegen Verkehr! Ich hab auf jeden Fall den Junkwood, ich bin happy. Alter, der Genji ist gut. Der Genji hat richtig gute Reaktion. Steh ruhig auf meine... auf meine... Haha. 4 Minuten bisschen Dreck halten, Alter. Zeit auszusteigen! Echt? Leute, dann kommt doch bei uns gar ein Chip noch, gleich noch. Ja, mit der Flash bin gekillt. Okay, ich komm nach, ich komm nach. Ich hab den feindlichen Teleporter. Übersehen mich alle, Leute. Also wirklich... Alle. Ich bin tot. Aber ich hab den Teleporter zerstört. Ich hab den Hort Hacks. Nein! Ich brenne und ich habe keine Ahnung warum. Kann ich nachvollziehen. Gut, ich habe das ganze allein die ganze Fracht verteidigt, aber... Ich geh mir erstmal Heilung holen. Wow, die kommen raus und werden ins und hoch gepusht. Alter, what the fuck. Ich habe völlig vergessen wo das stand, ey. Nur rechts rausgehen, ne? Links ist komplett verwandt. Willst du mit was zu schützen? Die sind wie die Fliegen, ey. Die sind nicht weg. Oh, fucking Symmetra. Symmetra verwandt alles. Unser Tele ist weg. Hm. Jetzt haben wir schon ein Problem. Ich weiß wo der steht. Nein, jetzt ist es. Das Gegnerische Geschüsse ist zerstört. Oh, sie haben es geschafft, ne? Ja. Aber sie sind nicht weggegangen, hey. Ja. Ja. Pass auf, pass auf. Geht sie einfach. Die Stunde hat geschlafen. Ja, wer hat eine Gottmedaille? Ja. Hast du Pech? Weißt du, es gab ne Zeit, da haben sich die Menschen auf Musik illegal gedownloadet, ey. Das war mal eine Zeit. Bin ich immer noch. Willkommen in Hollywood. Ich spiele um zu gewinnen. Oh. Warum hast du so ein Zeug, denk? iPhone, die Technik? Ach, okay. Die Technik ist nicht schlecht von iPhone, aber es ist viel zu überteuert. Ja, du kannst hier... Ja, guck mal, du bezahlst... Ja, guck mal, du bezahlst beim iPhone, ne? Bezahlst du ungefähr 700% allein für den Namen. Dass es ein Apple-Gerät ist. Von eigentlichem Herstellerpreis. Ja, die Dinger werden wie Samsung und Co. auch alle in China hergestellt. Das macht nicht einen Unterschied. Das ist trotzdem viel zu teuer, Alter, für den Schrott, den du da drin hast. Nee, das kommt nicht drauf an. Das ist zu teuer, Alter. Du bezahlst einfach viel zu viel. Du kannst hier ein iPhone 6 für 150 Euro nachbauen. Also, allerhöchstens 150 Euro. Ja, siehst... Also, ich muss nicht zur Reparatur. Wenn ich Smartphone, was sie jetzt gesagt hat, hab ich schon seit 5 Jahren. Alter, der Typ hat mir im McQueen geslappt. Hm? Ja. Na, ich mag einfach Apple nicht. Ist mir zu teuer, ist mir zu teuer für das, was da drin ist. Ich spiele um zu gewinnen. Na, der kleine Unterschied... Der kleine Unterschied sieht auch nicht so aus. Ich bin durch dich. Ich bin durch dich. Klar, das kannst du auch mit normalen Android-Geräten machen. Willkommen! Hm. Na, aber Xbox ging das ja schon früher. Schöne Aussicht, ja? Warte, ich mach's. Ich bin dann so hier. Okay, go. Ja, ich warte hier oben. Und hinten hier! Digga, die kommen gar nicht raus, Alter. Hallo! Halt so, ob ich schon... What the fuck? Jetzt will ich jetzt schon eine 70er hab, Alter. Mal zu gehen davon, ich geb dir Schild, Alter. Dann bin ich lockt, dann bin ich locker auf 100, Alter. Alter. Pfff. Hiiii. Hiiii. Bain hat es vorbei gecharged. Bain hat es tot. Bain hat es tot. Da ist doch eine hohe Opladung zu haben. Und schnell zurück. Schauen wir die auch weg? Oh, da war noch der fucking Schild von Orisa im Weg, ey. Digga, ich bin hier dauerhaft auf 100, ne? Das ist so geil. Oh, oh! Werfen wir uns in Schaden? Orisa, du kannst mich nicht besiegen. Ich bin wieder da. Ich bin mal allein gegangen. Ja, ich hab die Orisa. Du kommst halt raus jetzt. Da fehlt schon ein Chrome-Herscan. So ein Emote einfach. Ja, einfach so Chrome-Hänger. Super, danke. Ja, ich hab dauerhaft auf 100 hier, Alter. Oh Gott, okay, ich bin halt das erste Mal verrückt. Durchschnittliche Energie, 77%. Ich hab gesehen wie jetzt noch. Ihre... Willow ist Level 7, wir haben sie Level 8. Ähm. Nein, einer ist Level 8. Wir haben euch das Low-Level-Team. Oh Gott. Na, meine durchschnittliche Energie. Gut, ich muss schnell entkommen. Ich hang bitte mal... Achso, der kann halt jetzt eine Ding einsetzen. Okay, ich hab wieder 70, ich hab wieder 70. Don't worry. Ich kann wieder eine hohe Aufladung sammeln. Oh nein. Es ging gegen die... Gegen ihren Schild. Scheiße. Schon wieder verschossen. Oh, ich bin schon wieder tot. Oh, war die Heilung, Anna. Oh. Du kannst die Ulti auch schmeißen, das weißt du, oder? Ja. Einmal Rüstung so mitnehmen. Ja. Warum tust du's nicht? Eigentlich wollte ich sie auf ein Ding draufsetzen, aber ich hab's nicht so richtig hingekommen. Ja, viel Spaß. Ja. Spielaback. Hi. Genau. Vielleicht die Orisa einfach rockt, so. Jo, Orisa kann sehr, sehr auf den Schild machen. Ich ball einfach vorne raubs, um Schaden zu arbsten. Nein! Wie kommt der so schnell hoch? Das ist wenn ich grad die Feindliche Erinner geklärt hab. Wieso? Ich hab nicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt schon. Achtung, hier drin ist mein Krieg. Ich weiß. Nimm mich für die ganze Zeit. Ja, Belin wird. Was willst du noch brauchen? Ja, natürlich. Äh, den kleinen Löffel braucht man, ich bin den Pudding. Was tust du denn? Oh Gott. Warte, jetzt ist ein toller Zeitpunkt das Ding oben drauf zu stellen. Was ist das? Was ist das? Dann haben wir den Bestial Nice, ich hab Goldschaden Unser Torbjörn Fett Mehr auf Reinhard Nein alle auf Reinhard Da muss ich sagen, echt die Anna Hat mir echt auf den Arsch gerettet Ja nicht Ich schon Nein Vielen Dank.